Nikolaj Remberg Die habe ich im Auto gelassen Würde Sascha auch nicht erlauben, glaube ich Ich glaube nicht Was glaubst du, wie weit kommt die Reserve von euch? Ich glaube schon, die machen das hier am Ende Die Mann in der Liga, die haben unfassbar Qualität Also am Ende will ich es so machen Und bei euch draußen? Geht es diesmal hoch? Wir gucken von Spiel zu Spiel Aber wir sind alle guter Dinge Wir drücken euch die Daumen Danke Rambo